Ich bin Ladybug, bringe dir Glück und habe fest, dass es gelingt. Meine Ladybug, es ist verrückt, wie weit, dass die Daffes guter bringt. Ladybug! Sie hat Angst vor Katzen, aber ohne dieses Kätzchen ist sie machtlos. Hä? Das ist gar nicht wahr. Ich hab keine Angst vor Katzen. Kat Noir und Ladybug, zwei Helden, die sich im Schicksal stellen, schon bald im Kino. Die echten Kat Noir und Ladybug schaffen es leider nicht zur Premiere heute Abend, aber ich hoffe, sie lieben meinen Film so sehr, wie wir sie lieben. Ah, das warten wir mal ab. Du hast eine Einladung zur Premiere abgelegt? Ich bin eine Superheldin, Tiki, kein Star. Meine Aufgabe ist es, die Stadt zu beschützen, nicht in Filmpremieren rumzusitzen. Schön gesagt, Marinette. Zur Premiere werden viele bekannte Gäste erscheinen, unter anderem der Rockstar Jacket Stone, der berühmte Modemacher Gabriel Agreste und sein Sohn Andréa Agreste. Der Kat Noir seine Stimme hat... Adrien? Adrien wird da sein? Oh nein, Ladybug hätte doch ja sagen sollen. Also, wir haben 600 Macarons, 800 Boutifour und die mehrstöckigen Ladybug- und Kat Noir-Kuchen. Wir hätten jemanden anstellen sollen, der uns mit all den Gästen bei der Premiere hilft. Meint ihr die Premiere von dem Ladybug- und Kat Noir-Animationsfilm? Ja. Oh, ich, ich, ich. Ich kann euch doch dabei helfen. Meinst du etwa als Kellnere? Ja, ich werde Adrien die Macarons servieren. Ich meine... Ach, natürlich jedem. Adrien ist ja nicht der Einzige, der Macarons mag. Und dass Adrien da sein wird, hat damit selbstverständlich nichts zu tun. Gar nichts? Nicht mal im Geringsten. Ich will nur meinen wundervollen, perfekten Eltern helfen, die ich so sehr liebe. Ihr habt kein Vertrauen in mich. Verstehe ich. Ich bin wirklich ein Tollpatsch. Ich würde mir auch nicht vertrauen. Du bist kein Tollpatsch, mein Liebling. Du bist angestellt. Wir müssen nur... Oh, vielen Dank. Ihr seid die besten Eltern der Welt. Lalalalala. Wir machen die doppelte Menge Macarons. Nur zur Sicherheit. Das wird eine fantastische Nacht und ich brauche etwas Fantastisches zum Anziehen. Und zu guter Letzt das fantastische Macaron. Tada! Äh, glaubst du nicht, dass die 600 Macarons von deinem Vater genug sind? Nein, Tiki. Adrien verdient ein besonderes Macaron, weil er auch etwas Besonderes ist für mich. Stell dir einfach vor, er war ein normales Macaron, aber ich gebe ihm dieses. Er weißt ab und sagt, Oh, Marinette, Passionswucht, das ist meine Lieblingssorte. Wie kannst du mich so gut kennen? Ich bin so geheimnisvoll. Und ich antworte, weil du etwas ganz Besonderes für mich bist, Adrien. Es fühlt sich an, als würde ich dich schon ewig kennen. Warte mal, ist das der Grund, warum du jeden Sonntag ein einzelnes Macarons wachst? Er weiß schon, wann sich der perfekte Moment ergibt. Adrians Macaron muss auf jeden Fall frisch sein. Aber natürlich... ...sam brandneuen Animationsfilm, die Abenteuer von Cat Noir und Ladybug. Gerade ist die umlaufende Laura Nightingale, die alle Lieder des Films gesungen hat, angekommen. Guten Abend, Laura, ich bin ihr größter Fan. Das ist eine private Veranstaltung. Äh, entschuldigen Sie bitte, ich bin Thomas Astryk, der Regisseur. Sie haben Cat Noir und Ladybug gefilmt? Wie sind Sie im Echtenleben? Äh, es ist ein Animationsfilm, also gibt es nur Zeichentrickfiguren. Wir haben niemanden gefilmt. Es gibt ein großes Team, das die Figuren zeichnet. Was auch immer, wer will schon Cat Noir und Ladybug als Zeichentrickfiguren sehen? Dein Daumen kommt hier hin. Und sie gerade aus. Äh, sollten nicht Macarons auf dem Tablett sein? Ja, ja, wir legen sie auf, sobald du bereit bist. Papa, Maman, ich bin absolut bereit. Vertraut mir, ich werde super vorsichtig sein. Äh. Oh, unser kleines Mädchen wird so schnell erwachsen. Ah! Ladybug ist eine gute Freundin. Bin schon richtig gespannt auf ihren Film. Naja, ich bin der Regisseur, also ist es eher mein Film, sozusagen. Also, haben Sie die Geschichte ausgedacht? Um genau zu sein, haben die Drehbuchautoren die Geschichte geschrieben, basiert auf Ladybugs Helmtatten. Ja, okay, also haben Sie die Zeichnung gemacht? Äh, nein, nein, das sind die Zeichner gewesen. Aber was haben Sie dann gemacht? Nun ja, ich... Wow, hey, Marinette. Sie hier kann zeichnen und noch viel mehr. Ziehen Sie sich mal diese abgefahrene Sonnenbrille an, die Sie gemacht haben. Oh, die ist wirklich beeindruckend. Sie hat sogar mein Album-Cover entworfen. Hahaha. Äh, danke. Ähm, Macarrons? Hm. Äh, so weit, so gut. Oh, sie, hat sie gesehen. Also hier, du bist jemand ganz normales für mich, nein, besonderes für mich. Oh, das krieg ich nie. Oh, oh, nein. Oh, oh, nein. Oh, nein. Du, bring mir einen Schokoladen. Herr Rohr, dachte drauf, dass das dunkle Schokolade ist, nicht mit Schokolade. Verstanden? Äh, ich bin aber gar kein Kellner. Ich bin der Regisseur. Ach, wirklich? Dann sind Sie also verantwortlich für diesen Film? Ja, ja, ganz genau, das bin ich. Dann ist ihretwegen Queen Bee nicht im Trailer gewesen. Sie sind erbärmlich, äußerst erbärmlich. Und was hatten Sie sich dabei gedacht, Dupat Cheng als Kellnerin anzustellen? Ich hab sie nicht angestellt. Eigentlich ist das ganz hervorragend, dass du hier Kellnerst den Tag schenkst, weil du dann nimmst, während ich mir den Film mit Adria ansehe, Zeller abwäßt. Verzeihung, pardon. Verzeihung, Entschuldigung. Verzeihung. Adria, du sollst zu Rubis willkommen heißen. Oh nein, nicht sie. Hä? Kennst du sie? Tch, ich kenne sie nicht nur. Ich verachte sie. Was würdest du dir eigentlich, eigentlich neben meinen Adria-Cherry zu setzen? Das ist mein Platz. Fass mich nie wieder an. Sprich mich nie wieder an. Sieh mich nie wieder an. Gabriel-San, ich bringe die Dokumente, so wie wir es bei unserem letzten Treffen besprochen haben. Bitte folgen Sie mir. Ich freue mich, dich wiederzusehen, Kagami. Ich mich auch, Adria. Wir brauchen einen Plan. Was meinst du denn mit Plan? Einen Plan, verstehst du? Einen Saalflatt vom Kino. Oh, das kann nicht wahr sein. Adria und Kagami werden direkt nebeneinander sitzen und ich zwei rein dahinter. Außerst lächerlich. Ja, ich habe nicht mehr einen Platz. Sollten wir es schaffen, Kagami loszuwerden? Bevor der Film beginnt, gibt es einen Platz für mich. Das können wir nicht machen. Weißt du noch, was du mal zu mir gesagt hast? Das Böse triumphiert allein dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen. Und heute ist sie das Böse. Und die guten Menschen sind wir beide. Ich bin mir da nicht so sicher. Gut, seid ihr mal weiter nicht so sicher? Und morgen sitzen Adria und Kagami dann in einem Flugzeug nach Japan. Adria? Japan? Nie im Leben. Meinst du, sie gehen schon gemeinsam ins Kino? Ihre Eltern unterschreiben gemeinsam Verträge. Das dürfen wir nicht zulassen. Marinette, du verbindest dich doch nicht mit Chloe. Ich erinnere nur, dass Kagami Adria entführt und nach Japan verschleppt. Er ist zu nett, um zu erkennen, was sie wirklich vorhat. Naja, ich mag eher Katzen. Alles klar. Nö, Tüte, Kelle. Äh, was? Ich hab nach einem Seil gefragt. Ich konnte leider nur Küchengarn finden, mit dem man einen Braten zusammenbindet. Sehe ich wie jemand aus, der weiß, wie man einen Braten zubereitet? Äh, hey, warte! Äh, hey, das können wir nicht tun. Marinette, wenn wir jetzt nicht ein paar Makaroks opfern, wird Adria für immer Sushi essen. Versaus lieber nicht, die Patschen. Ich tue das für dich, Adria. Ah! Hallo, Kinder! Ladybug ist nicht hier, Kinder. Wir sind hergekommen, um den Regisseur des Films zu treffen. Oh! Mama und Papa, vergib mir, aber es ist für einen guten Zweck. Ah! Warum bin ich so tollpatschig? Marinette, alles in Ordnung? Ah, perfekt. Halten Sie das kurz. Vielen Dank, Adria. Hier, Adria, das ist dein Lieblingsmagaron. Natürlich an und vor, also... Äh, danke, Marinette. Die Patschen, was hast du mit diesem Makaron gemacht? Das war nicht Teil des Plans. Kagami? Was nicht? Diese Schuhe gehörten meiner Großmutter. Ha, das ist Teil des Plans. Setz dich, ich helfe dir. Phase 2, die Patschen. Können Sie das bitte signieren, Jagged? Kagami? Aber wenn Sie weder die Geschichte noch die Zeichnungen gemacht haben, dann haben Sie nichts gemacht. Was passiert hier? Ha! In diesem Makaron sind Mandeln. Ich hab doch gesagt, dass ich gegen Mandeln allergisch bin. Wir haben auch darauf geachtet. Wir sind alle mit Kokosnuss gemacht. Oh, oh, alle bis auf eins. Was? Was zum... Was ist das? Wer hat den Kuchen auf dem Stuhl abgestellt? Ich hätte es wissen müssen, natürlich endet einer von Chloes Plänen in einer Katastrophe. Ich habe drei Jahre lang Tag und Nacht hierfür gearbeitet. Heute Abend sollte es um mich gehen, doch das ist ruiniert. Alles gut. Ich nehme die Topik. Ich bin hier allen völlig egal. Das kreative Genie, das nie seinen gerechten Lohn erhält. Die perfekte Art von Ungerechtigkeit für meine Akumas. Flieg los, mein kleiner Akuma und verwandle sein gebrochenes Herz. Anima ist true. Du wirst ihnen allen zeigen, wer du wirklich bist mit einer Kraft so grenzenlos wie deine Fantasie. Bring mir dafür die Miraculous von Ladybug und Cat Noir. Sie sollen alle sehen, wozu ein Regisseur im Stande ist. Jetzt verstehe ich, warum Kagami so oft von dir spricht. Dein Vater hat dich zu einem kultivierten jungen Mann erzogen. Der Plan ist eine absolute Katastrophe. Adria und Kagami sind sich jetzt sogar noch näher. Du hast alles ruiniert, die Patschen. Und was hatte es mit diesem Macaron auf sich? Es war ein besonderes Passionsfrucht-Macaron. Aber es ist die Lieblingssorte. Nein. Sag mir nicht das. Du bist den Adria verknallt. Ach, ein Niemand in seinen Augen. Und du wirst auch immer ein Niemand bleiben. Sieh zu, ich beweise es. Adria-Sheri. Wer sind Sie? Sie können mich nicht... Sie glauben also wirklich, dass ein Regisseur nichts leistet? Ich werde Ihnen schon zeigen, was ich alles tun kann. Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Adria-Sheri, du wirst nicht glauben was. Ach, kommt schon. Geht bitte nicht. Die Show fängt doch gerade erst an. Ich werde nie wieder auf Chloé hören. Tiki, verwandle mich! Ja! Wir wären zu Ihrer Filmpremiere gekommen, wenn wir gewusst hätten, dass Sie sich noch so ärgern würden. Keine Frau und Ladybug. Und was ist mit diesem Trailer los? Ich habe keine Angst vor Katzen. Gar nicht. Ihr habt den Film noch gar nicht gesehen und zieht schon drüber her. Da hat er gar nicht Unrecht. Ja. Sonst kommt der Kritik. Ja! Bist du Arbeit, Milady? Doch mal strengt sich immer nur um ein Stimmt. Ab jetzt werden alle auf mich sehen. Hatten wir mal noch, wie euch die Waffe macht des Trickfilms gefällt? Ich bin der einzig war verhöhnt. Bleib hinter, Milady! Alles okay, Katnur? Pass auf! Legt man eine 2D-Zeichnung? Wenn er sich verwandelt, bleibt die Maske immer gleich. Der Akkuber muss da drin sein. Du, statt die Macht des Trickfilms! Fürchtet du doch die Macht von meinem tollen Sackbringer! Eine Kamera? Klar, wer ist besser geeignet, einen Film über Katnur und Ladybug zu drehen, als Ladybug und Katnur? Ach! Ja! Er scheint echt kein Fan von Konkurrenz zu sein. Schnapp dir hier, Miraculous! Sie sind hier ausgeliefert! Er ist ein Miraculous, er kann überall sein! Weg! Alles in Ordnung da unten? Hey! Er ist weg! Warum hat er nicht angegriffen, als wir nichts sehen konnten? Keine Ahnung, das ergibt keinen Sinn. Es ist was passiert, was wir nicht gesehen haben. Deswegen war der Glücksbringer auch eine Kamera. Beschützt ein Miraculous, er kann überall sein! Hast du das Video gerade angehalten? Nein, hast du das vorhin gesehen? Nein, ich hatte wegen des Rauchs meine Augen zu. Ich auch. Okay, deswegen konnte er sich die Miraculous nicht holen. Wenn ihm keiner zusieht... ...bewegt er sich nicht! Genau wie ein Film. Wenn ihn keiner sieht, ist es, als ob er nicht existiert. Jetzt wissen wir, wie wir ihn schlagen können. Wow! Das ist die verrückteste Show aller Zeiten! Oh, oh, die Leute werden wohl kaum aufhören, ihm zuzusehen. Seine Show ist echt ein Hit! Zeit für den Abspann, Kid Noir! Schließt eure Augen! Halt auf, ihm zuzusehen! Nur weil es bunt ist und leuchtet, bedeutet das nicht, dass es ungefährlich ist! Oh, das Fernsehen! Na klar, Kid Noir, beschäftige ihn! Na, du bist also neidisch auf unseren Erfolg, hä? Mein und mein kluges Kätzchen! Soweit ich dein Miraculous habe, wirst du ganz schnell in Vergessheit geraten! Oh? 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 Alle, die gerade auf ihren Bildschirmen sehen, wo auch immer ihr seid, schließt eure Augen! Seht euch an, die Meistern, nicht an! Schaltet eure Bildschirme aus! Kommt schon, wir brauchen euch alle! Das ist die einzige Möglichkeit, die zu stoppen! Haha! Sag all, sie sollen ihre Augen schließen und den Fernseher abschalten! Aber irgendjemand wird mir schon noch zusehen! Diese Show werde ich nicht verpassen! Tut mir leid, Nadia, aber dieses Mal gibt es keine Leifübertragung! Was? Nein! No! Animaestro, eil dich und bring mir die Miraculous! Alle müssen Trinkel besehen! Ah! Ehrlich, ich glaub' nämlich, dass wir die Letzten sind! Und sobald wir die Augen zumachen, ist es Zeit für den Abspann, Animaestro! Nein! Nein! Mach die Augen zu, Kennoir! Ich vertraue dir einfach blind! Die Zeit sind vorbei, kleiner Akuma! Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hat sich! Tschüss, kleiner Schmetterling! Miraculous Ladybug! Was mach' ich denn hier? Kennoir und Ladybug? Höchstpersönlich! Du verwandelst dich gleich zurück, Milady! Abflug! Ladybug, Kennoir, kostet euren Sieg nur aus! Wie in allen guten Tragödien, gibt es auch hier noch einen Triumph vor dem Fall! Chloe, bitte sag' Adrian nicht, dass ich in ihn verliebt bin! In dieser Welt gibt es Menschen, die arbeiten und jene, die glänzen! Zwischen uns beiden wird es immer diesen Unterschied geben, den Pan-Sheng! Deswegen werden wir auch nie ein Team sein können! Ich kann es ihm nicht sagen, du bist die Aufmerksamkeit einfach nicht wert! Hier, nimm meinen Platz und sieh dir den Film an! Ich hab' ihn bestimmt schon zehnmal gesehen! Das Wichtigste für den Film ist, wenn die Menschen sind, die ihn auch wirklich sehen wollen! Aber... Ich... Ich... Aber... Entschuldige, du weißt wahrscheinlich auch nicht, wer ich bin! Natürlich weiß ich das, die sind Thomas Astrid, der Regisseur! Oh, danke, 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 danke! Sie hat mich...